hallo hier ist der martin von meine bank ist das die dax-analyse für donnerstag den 22 8 2024 und unsere mietze katze die war wieder lieb gewesen hat aufgehört hier irgendwelche blumen kaputt zu machen und somit haben wir wieder wunderschöne blumen bracht friede freude eierkuchen alles sieht tipps aus alles sieht rosa schick und traumhaft aus börsen können ja nie wieder fallen so ungefähr hat man den eindruck wie sich unser dax momentan bewegt wir hatten gestern darüber gesprochen was erwarten wir zum mittwoch war jetzt gewesen und die erwartungshaltung war entweder wir gehen einfach dadurch dass wir von der 490 beide rücklaufziele bedient hatten die 420 und die 335 360 einfach wieder hoch dafür sollte über die 360 und dann eben wieder zur 420 und auch 490 15 und dann eben oben an die kante ich kürze es ab das haben wir gesehen er ist über die 360 eindeutig er hätte es gar nicht machen können hat nicht einmal drunter gestern gehabt nicht irgendwie mal eine andere richtung irgendwas angestellt als eindeutige signallage geschafft die 420 erreicht 490 15 fehlt ja aber nicht nur die fehlt sondern wir haben auch darüber über die obere linie gesprochen und die wird jetzt eigentlich das highlight zum donnerstag und natürlich auch das ziel dann mal dran zu gehen nun wird der ein oder andere dann natürlich holt gelüste kriegen ich allerdings nicht muss ich ganz klar betonen ich leite euch auch gleich her warum ich kann mir aber dennoch vorstellen dass der bereich so haben wir es nämlich gestern erzählt dass er von hier oben dann einfach nochmal rücklauf geht kann mir vorstellen dass das für einen rücklauf dient aber bestimmt bloß intraday oder kurzfristig betrachtet so vielleicht von da oben 580 bis im weitesten ich würde sagen 85 bis 600 sollte man als zone akzeptieren da oben ja dass er von dort durchaus auf so eine 490 460 wieder zurücksetzen kann um dann wieder hochzudrehen ja sowas wäre durchaus machbar so das wäre drin wenn er zum beispiel oben in dem bereich von 600 eine schöne rote stundenkerze setzt dann gehört aber das da bloß auch da drüber damit er eben nicht wie letzte woche einfach abhaut und sich nach oben nackig raus stellt weil dann sind ist weitaus mehr drin und da kommen wir zu dem punkt warum ich eigentlich ungern da oben short gehen würde wollen denn wenn wir unseren dax auf der ebene angucken vielleicht den ich nehme bloß mal ganz kurz raus wir nehmen gleich wieder rein den channel nur mal rausnehmen und diese fessere thematik betrachten die wir damals hatten dann hatten wir einen trend der ist einmal dran hat den ausbruch hingekriegt und ist danach auf die unterseite gegangen und hat danach unten man muss es so sagen einen fehlausbruch gesetzt ja so nun ist der dax eher so ein gewohnheitstil der eine oder andere regt sich immer darüber auf dass der dax ja nie das macht was seine lehrbücher steht aber er hat halt andere gesetzmäßigkeiten er hat halt einfach andere wer in der schule nicht aufgepasst hat und nie diese bücher gelesen hat ja weil er nie interessiert dann gehabt hat bücher zu verkaufen mit denen andere geld verdienen macht er sein eigenes ding und das hat man hinzunehmen und zu akzeptieren und sein eigenes ding ist eben oft wenn ich auf wenn er auf der einen seite von irgendeinem pattern wie zum beispiel diesem channel hier einen fehlausbruch macht macht er den ganz oft auf der anderen seite auch danach nochmal um dann wieder mittig ins muster zurückzukommen ja das ist so ein ding da hat er irgendwie so seine macke mit und deswegen wenn wir das hier angucken und diesen diesen ganz deutlichen fehlausbruch auf der unterseite sehen wäre es jetzt natürlich ein bisschen naja wie soll ich sagen es wäre ein bisschen naiv zu denken dass er dann wirklich auf der linie genau jetzt hier umdreht und sich brachial die knie bricht sage ich jetzt mal ja natürlich kann das passieren das ist ja eine richtige freundlinie aber ich würde im topf einfach einplanen dass er oben eine versuchten fehlausbruch zu machen also versuchten alles zu machen der dann erst mal auch so aussieht wie und aussieht wie alles klappt das tagesschluss drüber vielleicht noch einen tageskette drüber und dann aber wieder reinknickt das würde ich hier auf der oberseite erwarten und deswegen dem da auch durchaus ein bisschen mehr raum geben sich auszutoben auch mal drüber zu gucken ja das kann so 1800 würde sich anbieten kurz vorm allzeit hoch ja denken dann alle jetzt kommt das alte jetzt auch und dann ballert er von da oben wieder komplett die ganze bude zurück macht hier die ganzen gaps zu steht wieder mittig in seiner rage und alle schimpfen über den dax aber das wäre prima das wäre das wäre ein schönes programm was unser dax typischerweise macht das wird jetzt nicht natürlich am donnerstag passieren das ist ein bisschen ja da brauche kann für sowas nimmt ja eine woche in anspruch ja mir geht es nur darum zu sagen warum bin ich jetzt nicht unbedingt der freund da oben 580 600 im big short zu zünden halt na ja es ist ein bereich der reagieren kann man kann natürlich aus der zone heraus es ist ja ein widerstand ja von unten kommt es ist ein widerstand wenn hier eine rote stundenkerze kommt man kann das probieren man kann probieren auf die 490 460 runter zu traden das ist der erste wichtige support der kann dann auch gut nach oben drücken hält der nicht und da könnte man einen teilverkaufsprecher machen und hält der nicht könnte man auch probieren das weiter nach unten dann durchzuziehen den trade und manche versuchen auf die 200 hin zu traden oder gar hier unten richtung 17 900 auf das offene gap das sind so ziele die man von der tragweite dieses widerstands anpeilen kann denn das letzte mal als der dax hier an diesem widerstand war da ja ich nehme das hier noch mal kurz raus als das letzte mal an der linie war hat sie ihn ja bis hier runter gesegelt wenn er jetzt wieder an dieser linie scheitert bis bis hier hin was ist das das sind das ist ein fliegenschiss das ist nichts ja also man könnte das finden aber ich ich mache es nicht weil wie gesagt unser dax eben häufig auf einen fehler ausbruch mit einem anderen fehler ausbruch reagiert und dann nicht so wie hier sondern ähnlich wie das hier unten mit ein paar kerzen raus und weiter habe so ein bisschen die 18 800 in vermutung und würde ihm deswegen auf der oberseite raum lassen nicht so unbedingt wie naja was heißt nicht so unbedingt wie letzte woche donnerstag doch es könnte dann auch so aussehen wie letzte woche donnerstag wo sich hier erst mal dieses ende der durchschnitt hat er diese rote stundenkerze kippt und dann ist er drüber und hat einfach voll oben rausgezimmert und das würde hier an der stelle gut reinpassen wenn er vielleicht auch per aufwärts web reinkommt vielleicht über 500 hoch an die 600 580 diese wichtigen stellen die wichtige linie dort eine rote stundenkerze zu ziehen und dann entweder nimmt er die an bedient die arbeitet in die 460 490 und tiefer oder er kontert dann die rote stundenkerze aus und fummelt sich aber richtig was oben raus aber so richtig ja also mit macht er dann so wie letzte woche das ist so ein bisschen meine idee die ich für ein dax auf der oberseite habe wenn er denn hier in die übertreibung gehen will hat er keinen bock und drückt sich von beginn an seitwärts wird er hier uns einen kleinen channel stellen dann wird er die 270 noch andreffen von dort wieder hochkommen könnte man da unten lang suchen auf eine grüne stundenkerze ja wäre dann vermutlich das eher langweiliger pattern wahrscheinlich auch relativ dünn volumenseitig untersetzt relativ ruhig aus am handel aber dann wird er hier ein channel von da über da von da nach da setzen und dann fummelt er sich hier einfach runter bis 1530 auf eine 270 290 haut dann hier eine grüne stundenkerze rein und kämpft zurück in die 400 das wäre ein negativ pattern für den donnerstag ja ich hoffe ich habe das darüber gebracht ich donnerstag sind immer meine absoluten lieblingsdienst tage in der woche also weil ich die das ganz klar vor augen habe was er macht und er es ganz oft auch macht das problem ist bloß dass ganz oft die leute da sitzen und sagen das ist eine furchtbare analyse martin du bist ja völlig wörr das überhaupt gibt überhaupt kein ergibt überhaupt gar keinen sinn was du erzählst es ist immer donnerstag und kommt sowas ja wenn ich es besonders klar vor augen habe sitzen die leute da und sagen eine furchtbare analyse was soll ich da denn machen aber versucht euch das einfach im kopf noch mal oder noch mal anzuhören vielleicht die analyse wenn es euch so geht und das wirklich abzustecken diese diese wichtigen signalpunkte diese etappen rutsch und grün schreit das zieht am donnerstag immer gut ja und ich ärgere mich jedes mal wenn wenn ich vorher das so klar vor augen habe das erkläre und eigentlich auch genauso erklärt er macht es dann so und die leute sitzen da und sagen eine furchtbare analyse konnte ich nicht nutzen aber ich kann es ja nicht anders erklären als euch das zu zeigen wie und was na also ich gebe mir da schon viel mühe auch wenn donnerstage komplexer sind als andere tage natürlich aber die haben halt eine schöne semantik die haben das das gefällt mir einfach wie in donnerstag arbeitet und weil er eben auch klare gesetzmäßigkeiten im dax hat wie gesagt ich hoffe ich habe mich habe es gut rüber gebracht guck mal was er draus macht natürlich jetzt fies wenn er den kompletten stinkfinger zeigt aber ich habe so drei bilder vor augen das ist entweder hier hochrote stundenkerze auskontern oben raus das ist variante 1 gewesen variante 2 ist hochrote stundenkerze komplett zurück 460 490 wieder aufdrehen ja oder die variante 3 es sickert uns von beginn an nach unten auf 270 290 dreht sich von dort wieder hoch wichtig ist das sind übliche abläufe übliche dinge die wir im dax sehen die kann man traden wenn sie so ablaufen wie beschrieben dann darf man sie auch so lange traden und es eben nicht mehr so läuft wie beschrieben aber eben auch so lange traden wie es läuft macht der dax etwas ganz anderes ist das für mich denn ein grund nichts zu handeln wenn er nichts von dem beschriebenen bedient macht aber fast so also donnerstag sind dann geht wirklich schöne tage gut ihr wisst wahrscheinlich ihr kennt eigentlich alles deswegen mache ich jetzt dazu wünsche euch ich wünsche euch für ein gutes gelingen bis morgen tschüss tschüss tschüss